Moin, hallo und willkommen zurück zu Bond by Flame. Ich bin hier immer noch am gucken, was ich hier noch reinbasteln kann. Gesundheitsregeneration baue ich auf jeden Fall ein. Schwarzmagierwiderstand wäre auch nicht schlecht, weil die mit ihren Schwertern nämlich ankommen. Ich gehe mal davon aus, es wird Schwarzmagier sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich hoffe es mal. Die habe ich jetzt ausgerüstet und da muss ich erstmal herstellen. So. Ich habe nicht mehr so viel Material dafür. Das ist schlecht. Störungswiderstand. Regeneration der Magie. Maximale Dingens. Gesundheitsregeneration 15. Das nehme ich. Hier kann ich nichts mehr. Doch kann ich noch ein bisschen was machen. Maximale Gesundheit. Das geht alles nicht. Feuerwiderstand. Gewichtwiderstand. Frostwiderstand. Da fehlt mir verderbtes Juwel. Schwarzmagierwiderstand wäre 10. Frost. Was geht hier? Fallenschaden. Feuerwiderstand. Anzünden. 20%. Ja, ich glaube das klingt doch gar nicht schlecht. Aber das kann ich nicht machen, weil... Verderbtes Juwel. Ich muss mal ein bisschen was recyceln. Kann ich was recyceln? Recycle das mal. Ja. Und den auch. Jetzt habe ich das nicht angenommen, oder was? Nein. Soll es da bleiben, die imperiale Klinge? Und dich will ich auch recyceln. Ja. Okay. Standardstab brauche ich nicht. Den Aera, den... Ersatz durch... Die müsste ich eigentlich auch rausschmeißen, ne? Ja, den recyceln wir mal. Ja, ja. Den Aera... Der ist noch ein bisschen stärker, aber der ist in allem schlechter, ne? Der Glöckner... Brauche ich den noch? Ich behalte den lieber nochmal. Hier müsste ich eigentlich auch noch ein bisschen was aussortieren. Die Legionärskürers. Recyceln wir mal. Ja. Altläufer lasse ich erst nochmal. Kann ich jetzt hier was upgraden noch, was ich vorher nicht upgraden konnte? Nein, kann ich nicht. Das ist schlecht. Phoenix-Felien gehen immer noch nicht, ne? Weil... Vielleicht habe ich Zivilfehl mit zwei. Ich weiß auch nicht, ob er das automatisch herstellt. Was haben wir hier noch? Schwarz-Magie-Widerstand. Könnte ich die... Könnte ich dafür was herstellen? Schwarz-Magie-Widerstand. Das würde gehen, ja. Dann werde ich die anziehen. Oder? Ja, die haben zwei Sachen. Was sind die aus? Die sehen echt abgefahren aus, muss ich zugeben. Hellmäßig. Ne, das geht immer mehr nicht. Ja, muss ich mal gucken. So, jetzt muss ich punktemäßig nochmal verteilen. Da geht noch ein bisschen was. Fähigkeit erwerben. Verlangsamt sich. Ja, das nehme ich auch. Meister. Dann muss ich nachher noch Hass schüren. Oh Mann. So, was habe ich hier noch? Erkundung, Kampf. Assassine. Chance mit Dolchen 2%. Schütze. Fallenschaden 50%. Wow. Plus 50%. Die sind von Zeit zu Zeit eigentlich nicht schlecht, aber ich will auch gucken, dass ich eigentlich Dingens bin, ne? Ja, machen wir das erstmal. Wird schon nicht lang. So, das müssen wir reichen. Kapitel 3, der Angriff. Ja, ich bin ja mal gespannt. Das kann ja was werden. Gelange in die Domäne von Schwarzfrost. Ja, dann quatschen wir nicht weiter und laufen einfach mal eine Runde. Das kann ja was werden. War doch Absicht. Was ist so ein Geier? Äh, was? Ich frag mich. Ist der sauer auf mich? Ich glaub, der sauer auf mich. Der scheint sauer auf mich zu sein, definitiv. Oh nein. Oh nein, du bist doch nicht im Deck, oder? Ich weiß nicht immer, was es ist, aber es ist so cool. Aber es ist kaputt. Da kommen ja noch mehr. Gibt das auch ein Ende hier? Okay. Ne, die stehen wieder auf. Okay. Dann sollten wir uns hier verziehen, würde ich sagen. Reiner, oder? Ich bin dafür. Wir gehen. Wir gehen, wir gehen. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Dann scheint nücht lang. Doch, da lang. Kanalisation? Wie viel geht denn dann hier durch? Ich will es gar nicht wissen. Das sieht auch nicht so gesund aus. Hier ist irgendwas. Ich frag mich gerade, wenn ich da hinten gucke, ob da noch was rumliegt. Ich geh nochmal zurück. Ein Sucherhelm. Ich weiß noch nicht genau, ob das eine gute Idee ist. Kann ich da noch rüber gehen? Nein, geht nicht. Okay. Nach der Anzeige, Kartenanzeige geht es nicht. Dann gehe ich da auch nicht hin. Ganz einfach. So, jetzt geht es los. Rechts oder links? Das ist ja gar nicht gut. Das ist aber nicht sehr nett. Ich geh links lang. Nö. Nö, 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 nö. Au! Erstmal du weg, weil du frisst mich ein. Du willst mich daran hindern, ja? Na, geh mit dem Mister auf. Das kannst du besser. Und schon. Vielleicht bin ich gerade zu laut. Ich bin aber ein bisschen ab. Ausweichen. Da muss ich mal den Atem anhalten vor Angst. Da fallen auch immer neue Leute runter. So, ich hau jetzt links ab. Komm rein, wir gehen links lang. Da liegt sogar noch was. Kann ich kurz im Moment stehen bleiben und mich ein bisschen regenerieren? Nicht wirklich, ja. Das ist nicht viel. Warte. Hast du das gesehen? Mit dieser Leiche stimmt etwas nicht. Mit welcher? Mit der hier? Ja, ich hab die Sachen eingesammelt auf jeden Fall. Wenn du das meinst. Was kommt denn alles runter, Mann? Ich will es gar nicht wissen. Gehe ich hier nochmal? Ich gehe hier nochmal lang. Ist hier noch irgendwas zum einsammeln? Nein, okay. Ist also egal, ob ich jetzt rechts oder links lang gehe. Gehe ich mal von aus. Und weiter geht's. Wenn das eine Kanalisation ist. Oh, Mann. Das ist echt verstörend, muss ich sagen hier. Wobei, ich muss sagen, auf der anderen Seite ist es noch ziemlich edel gebaut. Nichts umkehren. Wir machen das jetzt hier. Oh, je. Au, hör auf zu hauen. Mann, der Typ haut echt böse zu. Oh, was ist das denn? Du bist angreifbar, extrem angreifbar, wenn du... Au. 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 Na, komm. Kannst du nicht regenerieren? Okay, mit Feuer geht's anscheinend, aber... Ich hab nicht so viel Heilung dabei. Das ist ein bisschen problematisch. Das ist echt böse, Mann, hier. Kann ich mich gerade noch ein bisschen... Ich muss mal gerade ein bisschen Puste sammeln. Tut leid, Kollege. Ich muss kurz einen Moment warten, Räumer. Das ist ja echt... Aua. Kann ich hier noch was verbinden? Ich brauch unbedingt Dingens. Kann ich immer noch nicht, ne? Frostwiderstand. Den brauch ich hier nur, ne? Ein verderbtes Juwel. Kann ich das nicht bauen? Gesundheit, Giftschaden, Fallenschaden. Anzünden ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Frostwiderstand, Giftwiderstand. Das würd ich gern machen. Ich brauch verderbte Juwele. Kann ich die nicht irgendwie basteln? Äh... Sprengfalle, verderbtes Juwel. Kann ich das nicht irgendwie... Was bräuchte ich denn dafür? Kann ich noch? Zwei. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich, glaub ich, die Sachen aufrüsten, ne? Jetzt hab ich das natürlich... Ähm... Schwarzwiderstand. Ja, ich würd sagen, das hier, ne? Schwarzmagie-Widerstand. Frostwiderstand wär auch nicht schlecht. Äh... Ich bin den Schenker gerissen. Ich mach schwarze Magie-Schutz hier. Phoenix-Feder brauch ich immer noch. Verderbten Stahl brauch ich jetzt. Oh, Mann. Hab ich noch verderbten Stahl? Kann ich verderbten Stahl? Ja. Ich mach immer das in der Tat zu... Das gibt's doch nicht. So. Okay. Hab ich noch ein bisschen was rumgebastelt. Aber es hat leider nichts gebracht, dass ich in der Zwischenzeit ein bisschen die, ähm... Energie aufgeladen kriege, ne? Schade. Das ist ja ein bisschen doof. Ja, es muss reinkommen. Ich will jetzt hier nicht stundenlang warten. Das ist ein bisschen doof. Äh... Wo geht's denn jetzt hier... Wo geht's denn jetzt hier lang? Ist hier irgendwo ein Loch in der Wand? Hier. Okay. Da liegt noch ein Dud rum. Eisenherz. Uh, hast du was Neues? Das muss ich mir nachgucken. Prinz Eisenherz ist der jetzt hier, oder was? Die sind nochmal stärker, aber die sind natürlich in allem anderen schlechter, ne? Chance auf Anzünden wäre kein Problem. Physischer Schaden. Im Tarmus geht runter. Störfähigkeit geht runter. Weiß ich noch nicht. Was habe ich hier noch tolles? Ein Entzerrer. Oha. Eine Streitaxt. Und ein neuer Helm. Der Helm Subras macht Giftwiderstand. Für beides. Okay. Ein Giftwiderstand und Rüstung. Ja, dann nehme ich den. Sieht zwar nicht so edel aus, aber ist ja gerade egal. Und ich bin total überladen, sehe ich gerade. Ich muss immer nicht mal abladen, ne? Wo renne ich hier eigentlich rum in dem Morast? Ich weiß es nicht genau. Wenn es immer noch Kanalisation ist. Junge, Junge, Junge. Was? Okay, da sind wieder welche. Ach, guck mal her hier. Au. Hat keiner gesagt, dass ich jetzt hier noch Besuch kriege. Alter. Ist sie weg? Und ich muss mich gerade mal heilen, weil das geht so nicht. Komm schon. Bleibt wie die. Ist er wieder da. Ja, das geht so nicht. Junge. Geh kaputt! Ich gebe mir echt Tiere zum Senkel, der Ketenkerl hier gerade. Aua! Ich trage zu viel Gewicht und kann dementsprechend nicht mehr rennen. Ich muss mal unbedingt was verarbeiten. Warte mal. Äh, Heilung hätte ich gerne. Das wäre ganz von Vorteil. Heiltränke, ja. Gib mir mal... Weiß nicht. Zehn Stück oder so. Aus verderbtem Blut. Ist ja ganz toll. Magietränke brauche ich jetzt nicht mit dem Armbrustbolzen. Könnte ich auch herstellen. Mach mal so... 20 Stück. Jo. Ich hoffe, ich werde ein bisschen leichter vom Gericht her dann. Ich weiß es nicht genau. So, was gibt es noch Tolles hier? Das kann ich nur herstellen. Das sind... Was ist das denn? Tränen des Welters. Achso. Sybil bat ich sie jetzt zu besorgen. Sie hofft darauf. Informationen über die aktuellen Lage sind. Wir den Aufgaben gegenüber können nicht verkauft und abgelegt werden. Habe ich noch gar nicht abgegeben, oder was? Ich hoffe, ich kann die noch abgeben. Ne, kann ich nicht mehr, oder? Warte mal, jetzt muss ich mal gerade nachgucken. Ähm... Das ist jetzt blöd. Wir sind in Dingens. Teil 3. Mach mich jetzt nicht schwach. Doch, eigentlich habe ich alles abgeschlossen, oder? Hack 2. Ne, ist alles gut. Kapitel 3. Scheint okay zu sein. Warum habe ich die denn noch in der Tasche? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Sammle ich die Sachen rein? Ich kann nichts mehr einsammeln. Echt nicht. Ich muss mal gucken. Ich bin echt mega überladen. Hier kann ich nicht irgendwie... Hm. Wenn ich das Zeug... Gewicht 5 und so, ne? Waldläufer im Legionärsschienen. Den kann ich recyceln. Ja. Das Gewicht wird aber auch nicht besser. Ich hätte gerne so eine Gesamtübersicht, muss ich zugeben. Waldläufer, Stiebel, Legionärsschienen. Äh... Die gehen auch weg. Okay. Handschuhe, Waldläufer-Handschuhe, Suchhandschuhe. Sind im Giftwiderstand besser, aber da hört es dann auf, ne? Patrouillenhandschuhe habe ich immer noch an. Die müsste ich eigentlich machen, aber dann... Äh... Verliere ich beides, ne? Hier, ja. Das ist auch blöde. Waldläufer-Weste. Ich würde das Waldläufer-Set, muss ich zugeben, gerne behalten. Die Kyras, König... Ne, Kyras der königlichen Wache. Auf Cis Kyras. Verkaufe ich die? Die ist zwölf Gewichten, ne? Die ist echt schwer. Ich weiß es noch nicht. Glöckner kann weg, glaube ich, oder? Ja, komm, mach den weg. Recyceln. Und was habe ich hier noch? Den Schlangenzungen-Eisenherz. Eisenherz wäre natürlich noch besser. Der Ära brauche ich auf jeden Fall nicht. Die können weg. Okay, die Schlangendolche sind eigentlich auch schlechter als die, die ich jetzt habe, ne? Der Entzerrer... ...geht weg. Der geht auch weg. Kriege ich jetzt ein bisschen Platz in meinem Inventar? Ja, jetzt bin ich nicht mehr überladen. Dankeschön. Schon besser. Jetzt habe ich hier alles auseinander gepflückt. So, wo muss ich jetzt hin? Zeig mir mal die Map. Nein, die Map möchte ich gerne sehen. Da geht's lang. Da bin ich hergekommen und da geht's lang. Sehe ich das richtig? Okay. Also da lang. Ne, da bin ich doch hergekommen. Warte mal. Da hoch. Genau, da hin. Und dann hier links lang. Alles klar. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Tut mir leid. So, aber wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Episode. Also mach's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.